Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Geek111 und heute ist wieder Freytag. Und das bedeutet, wir kommen zur Folge 2 meiner Tech News. Und ich hoffe, ihr habt die erste Folge schon gesehen, wenn ihr das nicht getan habt, aus der letzten Woche. Schaut oben, ich verlinke euch die Folge nochmal, damit ihr mal auf dem Laufenden seid. Und ja, heute schauen wir uns die Tech News der letzten Woche an und wir wollen da nicht lange fackeln. Jetzt ist erstmal das Intro angesagt und dann geht es direkt los mit den Tech News der vergangenen Woche. Bleibt dran, bis gleich. Hallo zurück und da beginnen wir doch direkt mit dem ersten Tech News, mit den ersten Tech News, so rum. Und zwar, Amazon hat etwas gemacht, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Amazon hat ein neues Produkt auf den Markt geschmissen. Ihr glaubt jetzt vielleicht, es ist das Amazon Echo 2.0 oder vielleicht irgendein lustiger Firestick, der ja letztens auch auf den Markt kam. Oder vielleicht eine neue Fire-Tablet-Serie, was auch immer. Nein, nein, nein. Amazon hat mich richtig verblüfft. Es wurde nämlich ein neues Produkt auf den Markt geschmissen, das da Echo Look heißt. So, und der Name ist Programm, denn es handelt sich dabei um eine Kamera, die Amazon auf den Markt schmeißt. Und mit dieser Kamera habt ihr die Möglichkeit, Bilder von euch zu machen oder Videos, wahlweise. Und die könnt ihr euch dann einfach aufs Smartphone schicken lassen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum macht man das? Naja, das ist ganz einfach. Zum einen bietet diese Kamera die Möglichkeit, den Hintergrund unscharf zu machen, was euch natürlich in den Fokus rückt und euch die Auswahl eures Outfits und eures Aussehens etwas näher zu bringen. Gut, ich persönlich glaube, man könnte sich dafür auch vor den Spiegel stellen, aber jetzt bin ich vielleicht auch nicht der Maßstab, was Styling angeht. Nicht wahr? Dazu gibt es gratis quasi ein bisschen virtuelle Intelligenz, könnte man sagen, denn Amazon möchte oder koppelt das Ganze mit Alexa. Und Alexa hat dadurch die Möglichkeit, ich habe gerade nur kurz darüber geguckt, weil da steht meine nämlich, aber ich habe sie gemutet. Zum Glück ihr vielleicht nicht, also wenn bei euch jetzt was angegangen ist, es tut mir leid. Also Alexa wird damit kombiniert, bedeutet also, Amazon Look soll euch sagen können, ob euer Look gut ist. Ihr stellt euch dazu zum Beispiel mit zwei verschiedenen Outfits vor die Kamera und lasst Alexa entscheiden, welches Outfit das bessere ist. Dazu wird halt das Bild genommen, ihr werdet, diese Bilder werden nebeneinander gestellt und dann werden sie verglichen und ihr bekommt dann eine Hilfe von Alexa, welches Outfit das coolere war. Ja, braucht man das? Ich weiß nicht. Wie sieht es denn bei euch da draußen aus? Welche von euch Styling-Experten findet das ziemlich cool und glaubt, dass der Spiegel da eher die schlechtere Wahl ist? Ist das cool, wenn euch Amazon tatsächlich Styling-Tipps geben kann oder diese künstliche Intelligenz, wenn man so will? Ich finde es irgendwie ein bisschen, also natürlich, klar, Amazon hat mich damit verblüfft und auf die Idee wäre ich nie im Leben gekommen, jemanden eine Kamera ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer zu stellen und zu sagen, hier, lass dich doch von unserem Alexa beraten. Aber, naja, vielleicht, also dafür gibt es ja bestimmt irgendwelche Abnehmer. Würdet ihr euch das irgendwo hinstellen? Also, oder geht euch das zu weit, dass ihr sagt, naja, also, dass Alexa mir zuhört, ist das eine, aber jetzt auch noch zu sehen mit einer Kamera? Irgendwie finde ich es spooky. Und ihr? Lasst uns darüber diskutieren in den Kommentaren und weiter geht's zu den Tech-News Nummer 2. Es gibt ein Re-Release des Samsung Galaxy Note 7 wahrscheinlich. Also, jedenfalls kann man das, oder kann man davon ausgehen, denn es sind in den Unterlagen der Wi-Fi-Allianz einige Produktnamen von Samsung-Geräten aufgetaucht, die tatsächlich eins zu eins identisch mit dem Galaxy Note 7 sind, was ja bekanntermaßen dank kleinerer Problemchen mit dem Akku und warmen Händen durchaus aus dem, oder vor einiger Zeit von Samsung aus dem Programm genommen werden musste. Nun soll es wohl ein Re-Release geben und auch das Ganze mit einer neuen Software, denn auf den Geräten scheint sich Android Nougat zu befinden, was ja das Samsung Galaxy Note 7 noch nicht hatte. Jetzt stellt sich die große Quizfrage, macht es Sinn, jetzt nochmal ein Re-Release dieses Notes rauszubringen? Würdet ihr euch das kaufen oder sagt ihr, oh nee, da hat es irgendwie Samsung zweimal vergeigt, das mache ich nicht mehr? Wartet ihr vielleicht eher auf das Galaxy Note 8, was ja auch dieses Jahr noch kommen soll, auch wenn man noch nicht genau weiß, wann? Oder würdet ihr es euch kaufen? Ich weiß, dass ganz viele Fans da draußen sind, die das Note 7 total klasse fanden und unfassbar traurig waren, dass es vom Markt genommen wurde. Würdet ihr es euch wiederholen? Ist es vielleicht sogar eine Alternative zum Galaxy S8? Ich bin ein bisschen skeptisch, ob man das tatsächlich machen sollte. Wenn ich Samsung wäre, ich würde glaube ich jetzt einfach das Note 8 auf den Markt bringen und das Note 7 ist eher so ein gestorbenes Ding. Wie seht ihr das? Lasst uns drüber diskutieren. Ich würde mir glaube ich nie ein Note 7 kaufen, so sehr das Ding auch gehypt wurde. Da würde ich eher auf das Note 8 warten. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Weiter geht's mit Tech News Nummer 3. Ich darf Tech News Nummer 3. Natürlich darf in den Tech News diese Woche auch das Samsung Galaxy S8 nicht fehlen. Wer das Unboxing von mir noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das auch mal eben da oben in der Ecke. Interessant ist jetzt aber nun, dass, oder ist es da in der Ecke? Naja, ihr werdet es schon finden. Interessant ist, dass das Galaxy 8 auch so seine Problemchen zu haben scheint. Glücklicherweise brennt es nicht ab und macht auch kein lustiges Feuerwerk. Aber die Displays sollen wenigstens mal teilweise einen Rotstich haben oder so einen Rosastich bekommen, wenn man Pech hat mit seinem Gerät. Laut Samsung soll das Problem damit zusammenhängen, dass der Lichtsensor quasi die Displaytemperatur falsch einstellt. Das Ganze soll mit einem Softwarefix behoben werden, der auch jetzt sehr bald kommen soll. Ich bin gespannt, wann er kommt, denn ich glaube, das wurde schon Anfang der Woche angekündigt, aber bisher ist noch nichts da. Ich muss dazu sagen, mein Galaxy S8 macht da gar keine Probleme. Die Farben sehen alle knackig und klasse aus. Das Display macht einen Top-Eindruck und ich habe auch noch niemanden im Bekanntenkreis gesehen, der ein Display hätte, was einen Rotstich hat. Und ich glaube auch hier die ganzen anderen großen YouTuber wie Technik-Faultiere und iNoReview und so weiter und so fort, Felix Barr, die haben das glaube ich auch nicht. Also ich denke, deren Geräte sind auch in Ordnung. Von daher scheint es sich nur um eine ganz kleine Charge von Produkten zu handeln, wo der Fehler auftritt. Ich bin allerdings gespannt, ob tatsächlich der Lichtsensor das Problem ist. Denn dann würde ja eigentlich, also wenn es ein Softwareproblem wäre, würden ja eigentlich alle Galaxy S8 dieses Problem haben, oder? Naja, wer weiß, wer weiß. Ich bin gespannt, was nach dem Software-Update ist. Bisschen problematischer ist allerdings, dass das Galaxy S8 nicht nur einen Rotstich hat, sondern wohl in gewissen Fällen auch Probleme haben soll mit dem induktiven Laden. Also dem Laden ohne Ladekabel. Und das sogar mit den Original-Samsung-Ladeschalen. Denn da soll es vorkommen, dass wenn man das Gerät auf die Ladeschale stellt, es beginnt zu laden und es hört auf. Und es beginnt zu laden und es hört auf. Und es beginnt zu laden und es hört auf. Und das allerdings so im, na sagen wir, 5-Sekunden-Rhythmus. Schlussendlich wird das Gerät eigentlich gar nicht geladen, sondern zeigt es immer nur an, weil es halt immer nur ganz, ganz kurz Strom bekommt. Und wenn man das mit verschiedenen Ladegeräten testet, im Netz kursieren auf YouTube einige Videos, könnt ihr euch ja mal anschauen, wo es verschiedene Ladeschalen von Samsung waren, die alle das gleiche Problem erzeugen. Allerdings ein anderes, zum Beispiel ein Galaxy S7 Edge, wenn man das draufstellt, hat reibungslos funktioniert. Daher scheint es auf jeden Fall eher am Gerät als an der Ladeschale zu liegen. Hm. Ich habe keine Induktions-Ladeschale, jedenfalls im Moment noch nicht. Wobei dazu kommt demnächst mit Sicherheit auch noch ein kurzes Unboxing und Review. Ich habe mir da was bestellt, aber das später. Also wenn das kabellose Laden nicht richtig funktionieren würde, fände ich das wirklich ein bisschen schade. Und es scheint ja dann auch eher ein Hardware-Fehler zu sein, aller Wahrscheinlichkeit nach. Oder ist das vielleicht auch ein Software-Fehler? Was meint ihr dazu? Ist euch kabelloses Laden eigentlich überhaupt wichtig? Oder sagt ihr, hm, ich stecke sowieso immer nur ein Kabel an und das kabellose Laden dauert mir sowieso viel zu lang, selbst wenn es Fast Charging ist? Ich bin gespannt auf eure Kommentare dazu. Sagt mir doch mal, was ihr davon haltet. Würdet ihr vielleicht auch aus diesen Gründen S8 oder S8 Plus nicht kaufen, weil es einmal dieses Rotstich-Problem gibt und das Problem mit dem Akkuladen gibt? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Und weiter geht's. Und weiter geht's mit den Tech-News Nummer 4. Wo wir doch gerade so lustig bei Samsung und dem Note 7 und dem Galaxy S8 waren, machen wir doch direkt mal weiter mit dem Note 8. Das könnte nämlich schon im September in den Läden stehen. Und das kann man daran festmachen, dass es Gerüchte gibt, dass auf der IFA das Galaxy Note 8 vorgestellt wird. Nun, wie kommen diese Gerüchte zustande? Naja, auf der IFA müssen ja alle Hersteller, die irgendwelche Keynotes halten, irgendwie dafür auch ein Plätzchen bereithalten und buchen. Und dabei ist herausgekommen, dass Samsung sich einen relativ großen Slot, oder um genau zu sein, den größten Slot auf der IFA, eigentlich für sich reserviert hat. Das legt eigentlich nahe, dass es auch ein neues Produkt geben wird. Und das würde auch gar nicht so abwegig sein, denn ich glaube, das Note 7 wurde sogar letztes Jahr auch auf der IFA vorgestellt, wenn ich mich nicht sehr irre. Demzufolge würde es ja auch passen, das Galaxy Note 8 auf der IFA vorzustellen. Das wünscht sich wohl auch die IFA, denn solche Dinge sind ja nicht alltäglich und so beliebte Geräte sowieso nicht. Deshalb könnten dann, wenn denn im August, glaube ich, die IFA ist, im September die Geräte schon im Laden stehen und ihr könntet direkt zuschlagen. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich so kommen wird oder ob es da vielleicht doch noch was ganz Neues an Produkten gibt. Was meint ihr, wird auf der IFA das Note 8 vorgestellt? Und kauft ihr euch das Note 8 eigentlich oder doch eher das S8 oder vielleicht ein ganz anderes Gerät? Lasst es mich wissen, ich bin gespannt. Ich persönlich habe ein bisschen Sorge, dass das Note 8 vielleicht genauso fehlerhaft ist wie das S7. Ja, aber ich glaube, die Ambition, so unfassbar viel Akku in ein kleines Gehäuse zu pressen, ist bei Samsung auch abgeebbt. Man hat daraus gelernt, hoffe ich. Denn heiße Finger sind einfach unschön. Ich bin gespannt. Lasst es mich wissen, ob ihr euch das Galaxy Note 8, meine Güte, so viel S8, Note 8, Galaxy. Lasst es mich wissen, ob ihr dieses Gerät kaufen wollen würdet oder überhaupt Interesse an so einem Gerät habt. Ich persönlich finde ja immer irgendwie den Stylus total über, weil ich irgendwie nicht verstehe, warum man auf einem Display mit 6 Zoll oder so unbedingt einen Stift benötigt. Auf einem Tablet kann ich es noch nachvollziehen. Auf einem Handy auch mit einem großen Display irgendwie nicht so richtig. Ich bin gespannt. Lasst es mich mal wissen, benutzt ihr eigentlich einen Stylus auf eurem Smartphone oder wünscht ihr euch einen Stylus für euer Smartphone? Und an die da draußen, die vielleicht schon einen Note haben, nutzt ihr tatsächlich, das würde mich wirklich interessieren, wirklich oft den Stylus oder ist es einfach nur ein Gimmick, was man benutzen kann, aber irgendwie nicht muss? Ich bin gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Weiter geht's. So, und ich finde, auch diese Woche darf es nicht fehlen. Die Tech-News Nummer 5. Das iPhone 8. Mit Sicherheit für den einen oder anderen auch interessant bei euch da draußen. Denn immerhin handelt es sich ja um das 10-jährige Jubiläum des iPhones. Und da erwarten einige ja einiges. Es soll ja wahrscheinlich sogar drei Geräte geben. Also das iPhone 7S, das 7S Plus und ein iPhone 8. So munkelt man jedenfalls aktuell. Wobei man mehr vom iPhone 8 als vom 7S hört. Vielleicht gibt es ja auch nur ein iPhone 8. Ich bin gespannt. Was glaubt ihr? Wird es eigentlich ein 7S geben oder wird es nur ein iPhone 8 geben? Und das in verschiedenen Ausfertigungen. Die sind ja wohl schon mal sicher. Das Ganze soll ja wahrscheinlich ein OLED-Display haben. Was ja schon mal der Wahnsinn wäre. Und wahrscheinlich, wie die ersten Dummies so zeigen, so munkelt man ja auch die Kamera übereinander. Habe ich im letzten Freitech-Video schon erwähnt. Das finde ich irgendwie optisch ziemlich komisch. Und ich kann es mir auch gar nicht schön vorstellen. Und wahrscheinlich soll es auch wieder ein Kamerahubel haben, was ich auch nicht so schön finde. Ich hoffe, dass Apple da wirklich was Schönes produziert. Und es würde mich wundern, wenn sie sich da nicht ein bisschen Mühe mitgeben. Hoffe ich jedenfalls. Allerdings gibt es auch schlechte Nachrichten. Denn es gibt da wohl so Problemchen mit dem Homebutton. Natürlich möchte Apple jetzt auch, wie auch Samsung, mit ein bisschen mehr Displaypunkten. Aller Wahrscheinlichkeit nach soll die Displayoberfläche also relativ groß sein. Ähnlich wie beim Galaxy S8. Da ergibt sich aber ein Problem. Beim S8 finden ja viele, mir übrigens eingeschlossen, es extrem schlecht, dass der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite ist und dann auch noch so eine richtig Scheißposition hat. Kann man einfach nicht anders sagen. Apple möchte das Problem lösen, indem der Fingerabdrucksensor unter dem Display auf der Front sein soll. Das wäre natürlich ziemlich cool, muss ich sagen. Und damit soll es aber so Problemchen geben. Das soll wohl nicht so reibungslos funktionieren. Und es soll wohl auch noch einige weitere Bauteile geben, die irgendwie nicht in den gewünschten Mengen geliefert werden können. Was dazu führen kann, dass ihr das iPhone vielleicht gar nicht direkt nach der Keynote kaufen oder vorbestellen könnt, beziehungsweise vorbestellen vielleicht schon, aber es dann frühestens im November in den Händen halten könntet. Im schlimmsten Fall sogar erst Dezember. Und ich habe sogar schon News gelesen, dass es erst Anfang nächsten Jahres dann soweit sein soll. Das wage ich aber anzuzweifeln. Ich denke mal, so bis zum Weihnachtsgeschäft wird Apple schon versuchen, wenigstens mal einen Teil der Geräte rauszuhauen. Denn das Weihnachtsgeschäft ist ja bekanntlich sehr, sehr wichtig. Wie sieht es denn bei euch aus mit dem iPhone 8? Seid ihr bereit, darauf so lange zu warten? Ist euch das egal? Einige sagen ja auch immer wieder, dieser Zyklus von jedes Jahr ein neues iPhone und auch jedes Jahr ein neues Galaxy oder was auch immer, ist eigentlich sowieso Quatsch. Wieder andere sagen, naja, also jedes Jahr ein neues Flagship muss schon sein, um mithalten zu können. Aber ich meine, seien wir mal ehrlich, die Unterschiede zwischen den Geräten nach einem Jahr sind so riesig nicht und bahnbrechende Innovationen macht oder stellt eigentlich kein Anbieter mehr so richtig vor. Und dazu zähle ich übrigens auch Samsung. Wie seht ihr das denn? Möchtet ihr euch das iPhone 8 kaufen? Findet ihr das überhaupt interessant? Habt ihr euch damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt? Oder sagt ihr, naja, ich bin zum Beispiel iPhone 7 oder 6S Besitzer, das läuft noch alles ganz flockig und naja, nur für mehr Display würde ich es jetzt nicht unbedingt kaufen. Ich bin gespannt auf eure Meinung, schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns darüber diskutieren. Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein für diese Woche. Bleibt auf jeden Fall dran. Nächste Woche gibt es die nächste Folge Freytag mit der Folge 3 dann demzufolge. Und ja, schaut euch gerne auch den Rest auf meinem Kanal an. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben riesig freuen und über ein Abo natürlich auch. Bleibt dran, euer Giga111. Schönes Wochenende. Ciao. Dann, ich mich über... Dann, ich schenez DIRECTOR.